Ah! Was war da? Wie unverschämt! Ich wollte gerade die Anmoderation machen, da latscht der auf mich drauf. Na gut, aber sein... was denn das? Angriff der Klonkrieger. Pass auf Junge, pass auf! Ja, zurecht. Mal ein bisschen Respekt einkrügeln hier. Ja, sich eine ein, wenn ihr weiterquatscht. Okay, pass auf, wir müssen weiter reisen. Wir haben jetzt hier oben, da würde ich tatsächlich noch mal gerne hin, bevor wir jetzt die Hauptquest weitermachen. Ich weiß, vielleicht schaffen wir es heute noch. Ich wollte auf jeden Fall noch mal ganz kurz da oben, das gelbe Ding, ich weiß gar nicht, wie ich da am besten hinkomme. Einsame Hütte, ich reise mal von Moldawie anwesend. Wir haben das hier, war das vorher auch schon alles da? Und hier sowas? Ich will mal ganz kurz, ich reise mal ganz kurz zur einsamen Hütte und reise mal dahin. Und eigentlich auch mal dahin, ich möchte nur mal wissen, ich möchte, ich weiß nämlich nicht, war das vorher alles schon da? Und wir haben es einfach nicht abgesucht. Weil normalerweise, wenn ich das auf der Karte sehe, so ein verlassenes Platzieren, dann möchte ich schon wissen, was da ist. Und natürlich auch, da zur gelben Tafel wollen wir auch hinfahren oder hinreiten. Wenn das Wetter doch endlich mal ein bisschen aufklaren würde. Ach, das ist so elendig. Dass man die ganze Zeit nur Pisswetter hat, stört mich ein bisschen, muss ich zugeben. Weil es so viel ist, also so häufig auch hier so schlechtes Wetter. Und immer noch. Ach. So, Plötze wohnt hier übrigens. Das hier ist, äh, Plötzhausen. Okay, Plötze ist hinter dem... Ich ruf Plötze gleich nochmal. Ich renne eben mal ein bisschen weg, dann rumpf Plötze nochmal. Juhu! Rehobespringen.de So. Kommste? Jetzt mach ich noch nie die Pferde scheu. Hey! Achso. Ich sollte vielleicht, bevor ich hier der Quest nachreite... Ich reite schon in die falsche Richtung. Ich wollte nämlich erstmal ganz kurz da oben gucken. Und das wäre dann diese Richtung. So. Müssen wir hier so ein bisschen querfeldein. Ich weiß nicht genau. Irgendwo führt da auch ein Weg hin. Jaja, Schnauze. Das ist mir grad ein bisschen egal. Ist das das Dorf hier? Waren wir hier nicht schon? Haben wir hier nicht das Ding aus dem Wald gekloppt? Oh, offenbar nicht. Zwei...Level 32, Google, in Bogendorf. Vielleicht waren wir ja schon und haben es nicht gewagt. Komm mal her! Was machen die denn hier? Was machen wir? Ja. Das ist das. Boah, ist mir noch mehr. Boah, Plötze! Das Stück Scheiße! So, was ist denn... Warum sind in diesem Dorf so viele hochlevelige Ghoule? Frage ich mich. Ghoule sind doch eigentlich eher so... So Kleinkram vom Anfang eigentlich normalerweise gewesen. Immer mal damals. Level 32 Ghoule, hätten die ruhig ein bisschen mehr dabei haben können. Ehrlich gesagt. So, mal gucken. Da haben wir noch ein bisschen was. Hallo? Ich hier immer auf E rumhämmere, damit ich auch ja alles mitnehmen kann. Hallo? Was ist hier passiert? Frage ich mich. Und retten kann man das Dorf hier offenbar nicht. Da kommt ja jetzt niemand zurück. Ne, hier ist auch schon... Ich glaube das ist auch schon... ... etwas... Oh, zerbrochene Hake. Ähm... Ist auch schon ein bisschen länger verlassen, wie es aussieht. Asche. Selbst den Ofen kann man nicht mehr entzünden. Quest aktualisiert. Letzte Vorbereitung. Achso. Je nach Tag oder Nacht wahrscheinlich. Aktualisiert sie sich. Würde ich vermuten. Ich weiß natürlich nicht genau. Verbranntes, süßes, was? Mist, habe ich jetzt nicht gelesen gerade. Weil ich ja standardmäßig natürlich nur noch alles einsacke. Ich würde gerne wissen... ...was hier passiert ist, warum hier niemand mehr ist. Das wäre so schön. Wenn man das erfahren würde. Und ich muss... Ich muss sagen, ein bisschen hofft man ja darauf, dass man hier vielleicht eine Beerenrüstung oder irgendwas findet. Damit das hier irgendwie seine Existenzberechtigung... Das Ding hier kann ich ja nicht mal benutzen. So alt ist das. Damit das Dörfchen ja seine Existenzberechtigung hat. Aber irgendwie... Es ist einfach nur da, wie es aussieht. Neue Markierung Bogendorf. Okay, Markierung hat das Ding auch. Aber warum? Warum ist das... Warum hat das eine Markierung, obwohl hier wirklich gar nichts ist? Okay, Komplätze. Wir ziehen mal weiter. Hier liegt sogar ein toter Hund. Und hier ist ein alchemistisches Labor. Das ist doch nicht aus Spaß hier. Bin ich... Oh, Entschuldigung. Bin ich meiner Zeit wieder voraus? Habe ich aus Versehen irgendwas entdeckt, was ich vielleicht noch nicht hätte entdecken sollen? Das alchemistische Labor ist bestimmt der Ursprungsort, wo damals die Gule... Naja... Ich weiß nicht. Ausgebrochen sind oder... Oder angelockt wurden. Okay. Erkundungstour Nummer 1 ist Bogendorf. Dann können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Falls einfach gleich nachher an ist. Los, los! Achso. Da hätten wir auch hinlaufen können, ehrlich gesagt. Hätten wir Plötze gar nicht suchen müssen. Neue Markierung verlassener Städte. Na großartig. Die wurde gar nicht angezeigt, die verlassenen Städte. Alter Garten. Oh, das sind so viele von denen. Mein dûmen müssen wir zum Geschenkürchen! Oh, nein! Wort nicht anбы ease. Dein. He 110! Hey, 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 was ist denn da los? Na, die Erscheinung hängt da irgendwo fest. Wahrscheinlich mit dem Laken. Grüß, Hanna aus den Wäldern. Okay, ah, jetzt kommen die Freunde ja wieder zurück. Sturm hat ein bisschen nachgelassen, Leute freuen sich. Gerald wird gleich ein unmerkbares Lächeln zeigen. Ein unmerk... von hinten. Auch gut. Zumindest sieht er ein bisschen zufrieden aus. Gefahr gewandt, Bevölkerung zurückgekehrt und das ohne Fragezeichen. Das ist interessant. Wer will denn hier wohnen? Mein Anlitz ist schön, seine Worte fantastisch, doch dieser Teufel ist verdorben und garstig. Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen, Gold und Silber ist dir ganz zu willen. Doch wenn er kommt, dann musst du die Schuld zahlen, dann ist das Schluss mit Lächeln und Prahlen. Lieb's jetzt in Ketten, dein Reichtum in Scherben, in Ewigkeit leiden, bis die Sterne sterben. Alter, was für ein gruseliger Kinderchor ist das denn? Kriegt man denn nur hier, wenn man diese Städte befreit? Ich finde das irgendwie toll. Freue ich mich ein bisschen, dass wir hier so ein bisschen so Special gekriegt haben gerade. Krass, haben die das extra dafür gemacht oder kriegt man das auch jetzt anderswo? Oder ist das vielleicht mit dem DLC dazugekommen, so ein Kinderrein? Kann ja auch sein, ich hab den halt nur noch nicht gehört. Ich bilde mir einfach ein, das liegt daran, dass wir die Städte hier befreit haben. Als keine Belohnung, weil die ja auch noch nicht angezeigt wurde. So, und da liegt auch noch irgendjemand. Asche, naja großartig. Leichen, verbrannte Leichen ihre eigenen Asche berauben. Ist auch eher so ein Hobby, dem man nicht unbedingt nachgehen sollte. Hey Freunde! Außer vor dir. Nein, war ein Witz. Ähm, Kräuterkundler. Okay, was hast du anzubieten? Das ist dasselbe, dasselbe wie immer, wie es aussieht. Puhh. Ich glaub den hatten wir schonmal. Oh, Kartoffel-Bauvis, zehn Stück würde sich eigentlich lohnen. Oh, Kartoffel-Bauvis, da kann ich eigentlich nie widerstehen, aber ganz ehrlich, wir brauchen von dem momentan gar nichts. Lebt wohl. So, stehlen möchte ich jetzt hier auch nicht, weil, die haben sich jetzt hier eingen- was, war denn was dahinten? Was machen die denn da hinten? Hä? Hä? Ach. Level 32, warum? Warum? Leck mich am Arsch! Alter Schwede! Haben die mit dem Patch irgendwas dazu gemacht, dass die Monster sich anpassen? Kann das sein? So vom Level her? Was natürlich ein bisschen fies ist, den Anwohnern gegenüber, weil die armen Bauern, die leveln ja nur mich. Ich dachte, ich hab da jetzt Geister gesehen auf dem Felde. Hab ich mich wohl getäuscht. Na gut, wir haben das Ding eh befreit. Komm, Plötzmann. Plötzmann Stutenhengst, das ist sein Name. Plötzmann Stutenhengst ist immer zur Stelle, wenn's Probleme gibt. So, Herrfrau Stutenhengst, wir müssen einfach mal diesem Pfad folgen. Da ist noch einer von diesen Wildhunden, da würde ich jetzt nicht mehr... Auf einmal, auf einmal mag ich die nicht mehr so. Vor allem nicht im Rudel. Die nehmen uns jetzt auseinander, glaub ich. Oh, wie gemein! Weiß gar nichts. Ich dachte, hier wär vielleicht noch so ein Weg... ...eine Markierung, aber das war gar nichts. Okay. Okay. Jägerhütte. Ich seh doch da vorne was. Hier ist doch wieder irgendwas, irgendwas Böses, genau auf unserer Markierung da hinten. Ich speicher mal lieber. Ich tue wahrscheinlich auch gut daran. Jägerhütte. Bewachter Schatz. Aber wieder kein Fragezeichen. Ohohohohohohoh! Oh! Da hatte ich noch was... Ja, Entschuldigung. Ich wollte doch nicht den Bär bannen. Ich wollte natürlich... Ach, weißt du was? Ich weiß nicht, mal ein Schutzschild. Oh Gott. Alter. Wird nämlich grad erwischt. Mist ist nichts. Ja, ja komm schon. Du alter Brummbär. Mitgegeben hat er. Nein, hinter den Bären. Ach, vollidiot. So. Alter Schwede. Puh, juh, 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 juh. Es auf jeden Fall... Seit dem Update ist es auf jeden Fall, hab ich das Gefühl, es hat es ein bisschen angezogen. Ich frage mich, ob sie das wirklich so gemacht haben, dass die Monsters mit Levin... Ach guck mal hier, schön, das Jägerhaus. Erstens haben wir ja wieder so'n schönen, so'n schönes Reise-Ding und zweitens können wir echt schön zur Novi grad gucken. Also der Jäger wahrscheinlich nicht mehr so. Knorke-Bude. Naja. So. Hat sich ausgeknorkt, gerade die Bude. Sieht jetzt doch nicht so mega berauschend aus von innen. Lage top, aber innen, die Innenausstattung weiß ich nicht. Würde ich vielleicht noch mal rangehen. So, Wegmarkierung haben wir freigeschaltet. Da ist da oben vielleicht noch irgendwas drauf. Ich sollte hier vielleicht nicht einfach so rumlaufen. Und dann... Hat das Ding irgendeinen Zweck, oder ist das hier nur da für'n Ausguck? Ein bisschen Schnappes, aber das war's auch. Oh, warte, das ist eine Notiz. Nee, doch nicht. Okay, ist einmal nur... So, einfach nur ein bisschen Schnappes da oben, das lohnt sich nicht wirklich. Okay. Frau Schmutenberger, wo sind sie denn? Einmal bitte... ...aufsitzen. Und dann gucken wir mal auf der Map, wo wir noch hinkommen. Jägerhütte. Interessant. Wieso werden Fragezeichen nicht mehr angezeigt? Wir haben hier noch... ...zwei Fragezeichen da unten. Kann es sein, dass alle Fragezeichen aus sind, aus irgendeinem Grund? Nee. Verlassene Städte? Ist eigentlich alles an. Aber hier? Nee, Fragezeichen ist da. Die sind auch noch alle da. Das da oben wird aber nicht angezeigt, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. Dann frage ich mich, ist denn hier auf der Insel zum Beispiel noch irgendwas? Können wir da auch noch irgendwas erforschen? Oder sind das die Fragezeichen, die jetzt neu dazugekommen sind mit dem DLC? Kann das sein? Deswegen auch die Hörlevinger... Hörlevinger... Menster. Die Hörlevinger Menstruaten. Chateau... Was? Sarrazin? Wo war das? Ah, da oben. Das Chateau. Neue Markierung. Es... mich düngt. Es handelt sich hier um einen Weingarten. Um ein Weingut. Der Hund ist lieb. Das sieht man ja selten heutzutage. Bei diesen ganzen Rocker-Hunde-Gangs, die sich zusammenraffen. Wohnt hier etwa noch jemand? Mädchen, Junge. Mädchen liegt auf dem Stein, Junge auf dem Bett. Die passen da beide drauf. Äh, locker beide drauf. Bauer. Oh. Die haben riesiges Weingut, aber die Hütte sieht einfach aus wie Dreck. Was jetzt nicht schlimm ist, aber generell passt das nicht ganz zusammen. Der scheint hier echt Ländereien zu haben. Der muss ja... Also den Wein, den er verkauft, entweder ist das eine ganz miese Rebe. Oder der versäuft die selber. Hm. Das war's. Mehr ist hier nicht. Ja super, da komm ich gar nicht erst hin. Keine... Keine Quest, kein gar nichts. Einfach nur ein Weingut. Oder kommt man da später noch hin und hat hier irgendeine Aufgabe. Die man zu erfüllen hat. So, ich schau nochmal ganz kurz eben... Ich schau mal eben ganz kurz, äh... Okay, Chateau Sarasin. Äh, hier ist die nächste Ortschaft. Da waren wir schon und hier würde ich gerne noch hin. Tatsächlich... Wir haben hier lauter neue Orte. Da... Das hätte ich das nicht... Und hier sogar... Hätte ich das... Das hätte ich doch abgeklappert oder nicht. Guck mal, ich war auch hier. Da wär ich doch locker mal da rüber geschwenkt. Das ist neu. Nicht, dass es mich stört. Ganz im Gegenteil. Ich mag das hier, aber wir werden niemals fertig. Okay, ähm... Bogendorf. Da hinten haben wir ja nix, ne? Dann reisen wir nach Bogendorf und reisen von da aus da rüber. Dann kommen wir nämlich langsam dem gelben Schild... Schnellreisekreuzung. Ja, warum guck ich überhaupt nicht die Map, wenn ich direkt die Schnellreise machen kann? Ich weiß es doch selber nicht. Zack, Bogendorf. Und dann reiten wir da mal kurz rüber. Dann haben wir das nämlich auch. Dann... Gucken wir uns kurz die neuen Gebiete an. Und ich dachte, wir kommen... Ähm... Mit der Hauptstory durch. Komplett. Aber gut. Die neuen Gebiete sind ja relativ flott, glaube ich, abgeklappert. Das hier wäre vielleicht noch neu, aber erstmal möchte ich gerne hier gucken. Da oben ist auch noch ein Häusiken. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwas ist. Pötze. Ach da. Du kleines Überraschungspferd. So. Pferdeüberraschung. Ist mit Sicherheit immer so ein Mistfladen drin. So, ich nehme einfach mal die größere Straße in der Hoffnung, dass wir da weniger Zwischenfälle haben. Ich mag nämlich nicht von 35er Wolfsrudel auseinandergenommen zu werden. Äh. Auseinandergenommen werden. So rum. Wie man hört, haben wir da nämlich direkt Besuch. Komm jetzt. Da im Fluss ist schon irgendwas Gastfreundschne... Gastfreundliches? Gastfreundschne... Gastfreundschne... Garin-Anwesen. Komm da rein. Abgeschossen. Ach. Die Hütte sieht irgendwie nicht so richtig vertrauenserweckend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht aus wie ein Mordhaus. Da vorne latscht jemand rum. Ich hoffe, der greift uns nicht an, weil wir ja ohne Passierschein unterwegs sind. Ein Wilder. Okay. Die Dame sieht sehr leicht... Füßig aus, hat aber ein Schwert. Wollte ich sagen. Wir sind irgendwo reingeraten, glaube ich. Ich erinnere mich aus der letzten Folge. Vom Schwarzen Brett. Der Froschkönig. Der Froschkönig. Das war die Kandalisations-Quest, ne? Guten Abend. Olgiert von Evarek. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Ach nein? Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen. Alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden. Wegen des Wildschweins im Wappen. Ich dachte, das kommt von Wilderer. Okay, dann weiß ich Bescheid. Man sagte mir, ich würde Olgiert von Evarek hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus. Du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgiert. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein. Ich bin Olgiert. Du von wegen. Ich bin Olgiert. Also, ein Haufen Idioten. Ja, wollte ich grad sagen, eigentlich ein Haufen voll Idioten, aber gut. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla. Nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgiert von Evarek soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Damit kennt er sich ja aus. Na gut, Meister Hexer. Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die Neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgiert. Hat da grad jemand Indianer gespielt im Hintergrund? Wie nennt man dich? Gerald von Riva. Gut zu wissen. Speicher ich vorhin mal, falls er kein Interesse hat. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Ich bin doch hier nicht als Geburtstagskasper engagiert. Hm. Hm. Ataman, Herr. Hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Na, hübscher als dich. Muss zugeben, dass sie mir gefällt. Mir sind die Werke von Gernst lieber. Ich bin wegen des Aushangs hier. Bildhauerei ist nicht mein Gebiet. Die Werke von Gernst. Er langweilt sich schnell. Das heißt, ich geh mal davon aus, die Büsten, die sich am meisten verkaufen, lalala, sind bei irgendwelchen Mädels. Und vielleicht langweilt ihn das ja schon. Ich probiere es einfach mal damit. Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, Kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal, proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Komischer Typ. Ataman Olgiert, lang möge ihr leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Na gut, einsaufen können wir ja. Das haben wir ja schon geübt. Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Hm. Ich frage mich, ob das wirklich deren Hütte ist, oder ob die sich nur eingenistet haben. Man weiß es ja nicht so genau. Söhne von Adeligen und Töchtern, na klar. Sehr glaubwürdig. Hm. Gibt es einen besonderen Anlass, oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säben. Ich hab einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana. Komischer, ganz, ganz komischer Haufen. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen. Aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Verstehe. Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Hm. Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Ich glaube, die haben sich hier eingenistet und halten, haben entweder die Bewohner umgebracht, bis auf die Tochter offenbar, oder die halten die gefangen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde es gerne herausfinden, ehrlich gesagt. Ich speichere mal lieber, bevor wir uns hier umschauen. Der Attermann. Den willst du sprechen. Ja, hab ich schon. Können wir mit dem noch irgendwas weiter bequatschen? Gerald. Nein. Dreh dich nicht um. Das Rum fast geht rum. Wer sich vollkotzte oder lacht, kriegt noch mehr Rum in den Schacht. Ja, genau. Rum hilft ja bei allen Bewegchen. Lass uns den Keller suchen. Vielleicht finden wir noch einen Humpen. Ach, seid ihr blau. Geh nach Hause, ihr Säufer. Hier ist nun Wilder. Okay. Mitnehmen muss hier nicht wirklich was. Ich glaube einfach nicht, dass das deren Hütte ist. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? Achso, ja, ich. Achso, ja, ja. Witcher 2 war das aber. Ähm. Hey, Hexe. Warum stößt du nicht zu uns? Ich bin beruflich hier. Wenn ich meinen Beruf ausübe, sauf ich nicht. Damit ich Leuten wie euch die Köpfe einschlagen kann, die nämlich dann trotzdem besoffen immer noch genauso gut weiterkämpfen wie nüchtern. Na nö. Hey du! Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenn dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich hab ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat mein Kumpel Kläuvert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwenken. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kläuvert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Na gut, Camelto, rede weiter. Rede weiter. Kläuvert hat mit Fisthech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kläuvert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat. Und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kläuvert hat eine Narbe auf der Stirn. So ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt. In der Taverne zur Alchemie. Auf dem Marktplatz. Rose auf einem roten Feld. Wie poetisch von dir, du Spiel, du. Wilde, 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 wilde. Ja, ich kann ja eine verpassen, wenn du willst. Ich würd gern wissen, ob ich die... Ich würd gern wissen, ob ich die... Ich würd gern wissen, wo die Familie ist, die hier mal gelebt hat. Die Tochter ist... Im Wald sind übrigens Leichen. Äh, die Tochter ist ja offenbar noch da. Und wird hier als Sklaven gehandelt. Rauchen, Feiern, Fressen, Rauchen. Hm. Ah, hier ist die Markierung. Das Garen-Anwesen. Was ist mit den Garens? Muss man sich da fragen. Okay, dann haben wir neue Questen. Wir waren immer noch nicht hier hinten. Wir haben immer noch nicht das hier. Da haben wir noch ein bisschen was. Da kann man noch ein bisschen was abklappern. Dafür haben wir hier quasi alles... Das ist doch das kleine Häuschen. Da haben wir alles abgeklappert. Wird ihr denn wissen, was hier so ist? Waren wir da schon? Hier ist auch noch ein kleines Häuschen. Wird gern wissen, was da ist tatsächlich. Ähm... Ein bisschen was haben wir geschafft. Hier. Ich glaub, ich reite manuell zurück. Wir müssen... Wohin müssen wir denn eigentlich? Nach Ochsen... Nach da unten? Da ist die Köchin so weit gereist. Warum? Um Jottes Willen. Ach, weißt du was? Dann reite ich einfach noch mal kurz da rüber. Plötze? So. Arbeitsplätze für alle. Und wir reiten mal da rüber, bevor wir jetzt nach Ochsenfort gehen. Hm. Ich trau diesen Wilden überhaupt nicht. Und das soll eine Armee sein? Das glaub ich auch nicht. Im Leben glaub ich das nicht. Was ist denn das? Wildschweine? Kann man das Spiel jetzt nicht speichern? Lass mich doch mal ein bisschen weggehen hier. Jetzt kann ich speichern. Okay. Was machen denn Wildschweine da? Was machen denn Wildschweine da? Level 34! Dort geht's mal so. Das war ein bisschen mit der Wildschweine. Hoh. Alter. 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 Ah! Mist. Wildschweine. Okay, warte ganz kurz. Was? Sieh nur, wie das kleine Schwein... Was? Sieh nur, wie das kleine Schwein seine kleinen Hauer wetzt und es dann im finsteren Tannen sie mit frischem Tau benutzt. Wie es artig lächelt, die Schweinshufe spreizt und mit seinem Lächeln bei Damen nicht geizt. Ludwig von Charoll, Mathematiker, Autor und Dichter. Okay. Diese Waldkreaturen sind getreu ihrem Namen wild, ungezähmt, hinterlistig, aggressiv. Bis heute sind zahlreiche Bauern in Catwin überzeugt, dass Wildschweine sich ausschließlich von jungen Frauen ernähren. Tatsächlich fressen sie vor allem Wurzeln und Eicheln. Man glaube deswegen aber ja nicht, Wildschweine wären harmlos. Sie sind so kompakt und ihre Zähne so scharf, dass man sie getrost als fellbedeckte Kampfmaschinen bezeichnen kann. Mutter Natur hat sie außerdem mit zwei Doppelhauern ausgestattet. Diese Bewaffnung macht sie zum Schrecken der Wälder und zur Bedrohung aller Anwohner, Menschen und sonstige. Ihre harten, keulenförmigen Schnauzen werden von manchen Bauern als Pfeifen bezeichnet, obwohl man kein Schwein hier hat Pfeifen hören. Stattdessen ist der Grunzen charakteristisch, dass man auch für das Schnarchen eines übergewichtigen Mannes halten kann. Eine weitere Bauernweisheit besagt, dass Wildschweine ziemlich launische Naturen sind. Fühlen sie sich beleidigt, toben sie sich an Zäunen und Kartoffeleckern aus. Wildschweine sind manchmal Einzelgänger, leben aber meist in Rotten mit drei bis fünf Exemplaren. Igni und Urdim. Ich versuchte immer hier so ein bisschen in die Ecke zu locken. Alter. Alter Schwede. Mein lieber Freund. Alter, nicht durch den Zaun. Die Penner, das gilt es nicht. Alter, was für dreckige Schweine. Also, ist ja wirklich so. Das ist ja nicht mehr gelogen. Alter, die Wildschweine sind echt schwul. Also, kampftechnisch sind die ganz schön mies. Die sind schon schlimmer als so ein Bierst oder so. Okay. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte reparieren, die Waffe reparieren. Oh. Benötliche Stufe 34. Bald ist es soweit. Ähm, ich wollte die Waffe reparieren. Oh. Ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante Sachen gefunden, tatsächlich. Durch Zufall. Hm. Okay, kümmern wir uns mal später drum. Jetzt momentan... ...müssen wir jetzt zusehen, dass wir überleben. Na toll. Ah. Boah, die sind auch so mies, weil die sofort weglaufen. So wie ich eigentlich. Das macht mich ja auch so mies. Hä? Da hinten brennt... Und da hinten brennt das Schwein? Hä? Wieso ist das da hinten verbrannt jetzt? Ganz verbrannt ist es nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte... Ganz ehrlich, ich hatte zwischendurch die Befürchtung, dass... ...wir von Schweinen umgebracht werden. Krass. Liste mit edlem Siegel? Was ist denn die Liste mit edlem Siegel? Das ist der Auftrag. Ah, ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Das ist jetzt noch vom Update, also vom DLC. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt. Über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort eure faszinierende Heimat zu erreichen, die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt, und natürlich, um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen, doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen, denn er durchstreift unentwegt die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisen aus dem fernen O4 verbringen und pallieren wollen, so lade ich euch herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunnwig aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Na so ein guter Bruder, wo bist du? Liste mit edlem Siegel. Onkamel, Sohn von Cosa, dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Kanickel vermehren, Hirsche, die unsere Schösslinge fressen und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreuen. Mach dich an die Arbeit, Junge. Deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Garin. Du weißt, wer ich bin. Okay, ich glaube, der Jäger wurde von Wildschwein niedergeprügelt. Oh, hier ist ne Thron. Kann ich nicht plündern? Das finde ich unfair. So, ach, statt zu suppeln, statt hier weiter zu suppeln, sollte ich eigentlich mal ne Stunde schlafen. Zack, bis 4 Uhr. 5 Uhr ist immer Sonnenaufgang, aber ich glaube, bei dem Wetter werden wir da nicht so viel Spaß dran haben. Okay. Ach, wir wollten da... Wir waren jetzt erst hier? Okay, Plötz im Plötz, Mann. Plötzi. Räuber-Hützen-Plötz. Schneller. So. Mal schauen, ob wir da ankommen, oder ob wir wieder irgendwas finden. Der Fluss ist schön hier rechts. Ich wünschte nur, es wäre A, Tag und B, dass wir nicht so ein Scheißwetter... Nicht so schnell, Plätze. Entschuldigung, Wetter. Ich wollte dich beleidigen. Wir müssen einmal über den Fluss. Ich hoffe, dass der ist richtig. Hätte ich ja gleich auf der anderen Seite bleiben können, aber ich wollte nicht dem Weg folgen. So. Hier sieht's doch gut aus. Brunnenweg! Ach, sieh an! Aber leider werden wir Brunnenweg erst... Und ich frage mich, also ganz ehrlich, der Runentyp, ne? Sehr unweit des Ortes Brunnenweg. Ich hab schon überlegt, warum kam mir der Ort nicht bekannt vor. Ich dachte jetzt, das liegt daran, dass wir da vielleicht ganz am Anfang des Spiels irgendwann mal durchgefläzt sind und das irgendein kleines Dorf war. Aber das hier sieht ja jetzt wirklich sehr ungastlich aus. Warum sollte der Runentyp denn hier wohnen? Na gut, und wir wissen jetzt zumindest, Brunnenweg ist ein Ort, der definitiv mit dem DLC dazukam. Genauso wie diese neuen Örtlichkeiten, die wir hier haben und diese kleinen Nebenaufgaben und Nebenquests und was wir hier nicht so alles finden, ist alles, glaube ich, mit dem DLC dazugekommen. Da ist sich aber alles mit dem Hauptspiel natürlich so ein bisschen vermischt und das erweitert. Also es gibt ja nicht nur die neuen Hauptquests oder die neuen Hauptaufgaben, sondern es gibt natürlich auch neue Nebenquests, die sich jetzt mit dem Hauptspiel vermischen. Ähm, deswegen werden wir die einfach so nebenbei mal mitnehmen, bevor wir dann schließlich den blauen Questlinien folgen. Die Nebenaufgaben hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Wollen wir mal schauen, wir müssen nach Ochsenfort tatsächlich, aber bevor wir da hinreiten, wollte ich erstmal die neuen Orte auf der Karte erkunden. Einfach nur, weil sie da sind und dann mal ein bisschen durchreiten, die Schilder vielleicht schon mal aufdecken und dann so mal nach hier, mal nach da, weißt du schon, ne? Einfach mal ein bisschen rumgucken. Heute haben wir viel geschafft, wir haben wirklich viel, viel, viel erkundet, haben neue Fragezeichen gefunden, wo keine Fragezeichen sind. Das finde ich eigentlich gut und, ähm, in der nächsten Folge, ja, ich denke in der nächsten Folge werden wir die restlichen Orte nochmal erkunden und wahrscheinlich erst noch nach Ochsenfort schaffen und gucken, wo der Froschkönig in der Kanalisation haust. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne wissen, was es mit diesen Wilden in dem Anwesen auf sich hat, ob wir da noch irgendwas, ne, rausfinden oder erledigen können oder die da vielleicht sogar vertreiben können, das wäre, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaub, die gehören noch nicht, ich glaub, die haben da was sich angeeignet und verprassen jetzt das ganze Vermögen, was sie da am Haus gefunden haben, irgendwie, sowas wird's doch bestimmt sein. Lass uns überraschen, vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge schon mehr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020